Der Good House Running, das ist vom Feeling her einfach unbeschreiblich. Man hat sein Haus und dann springt man los und man fühlt sich unglaublich frei. Die ganzen House Running-Freunde, die dann zusammen mit einem sind, das ist vom Feeling her der Wahnsinn. Also das ist naturpur mit dem Haus erlebt, also ganz ein verrücktes Feeling eigentlich. Das ist vielleicht mit Rasenmähen, kann man es vergleichen oder mit Teppichklopfen oder vielleicht mit Starfighterfliegen. Aber eigentlich kann man es nicht beschreiben, es ist unglaublich. Die Ernährung ist auch wahnsinnig wichtig, also wir essen viele Rosinen und so kleines grüne Zeug, so Keksreste und so. Alles was so am Boden liegen bleibt, wir haben das jedenfalls wieder auf und da sind noch die meisten Nährwerte drin. Also alles was mal am Boden liegt. Das ist schon cool. Aber den absoluten Kick, dann kriegst du nur Bonn. Aus dem Haus wieder raus running! Aus dem Haus wieder raus,ình